ein berühmter forscher hat einmal gesagt was wir tun ist besonders nicht was wir sind ich wollte mir einen namen machen abenteuer nach jagen aber stattdessen haben die abenteuer mich gejagd in unseren dunkelsten stunden wenn das leben an uns vorüber zieht finden wir etwas etwas das uns antreibt so zweiter machen es so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Square Enix Eine Produktion von... Crystal Dynamics Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider Ein bisschen erkältet, ein bisschen Halsweh, aber... Wir wagen uns ins Abenteuer Schwingen Wegen sie sich links und rechts synchron mit dem Schwung, um die Schwungkraft aufzubauen Okay Wir spielen das Ganze auf dem PC mit dem Controller Und... Mal an Jonah Reyes Hilfe Runter Ich muss runter Gut Wir können... Ja... Wir zünden dich nämlich jetzt mal an, ne? Würde ich behaupten Wowowowowowowowooow... Uuuu... Das tut sicher scheiße weh. Das Spiel sieht doch sehr geil aus. Da hängt jemand. Scheiße. Da ist eine Fackel. Kranke Scheiße. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Wow. Wir laufen mal weiter. Brennen uns hier den Weg frei. Dann schnell weiter. Schnell weiter. Ich würde sagen, wir zünden unsere Fackel wieder an. Jawas. Klettern hier hoch, zünden das an. Und mit viel Glück macht's gleich Boom. Oh, schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Damn, 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 damn. Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht, dass du nur helfen willst. Ich glaub dir nicht, dass du uns nur helfen willst. Okay. Kommt zurück. Ich will hier nicht. Okay. Das Ganze ist ja die Vorgeschichte von Tomb Raider. Wir kennen ja die Lara Croft eigentlich nur als Archäologin. Als gute Archäologin, die MacGyver-Kenntnisse hat. Und hier stehen wir am Anfang der Geschichte. Sie kann... ...nur ihren Überlebensinstinkt benutzen, den wir alle besitzen. Oh, das war's schon wieder mit der Fackel. Okay. Ja, Mann, die Flut. Okay, ich hab schon ein bisschen vorgespielt. Ein bisschen hab ich schon vorgespielt. Also, ein bisschen weiß ich hier. Und, ähm... Ja... Ist jetzt nicht schwer hier. Was ist das denn für ein Ding? So. So, da unten brennt schön alles. Tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, was da eben los war. Ich weiß nur, dass gleich meine Katze... ...meine Katze sich melden wird. Aber vorher noch... ...la Explosion. Dann los. Alles fällt zusammen hier. Scheiße. Boah. Ganz, ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. Ich muss mich um meinen vierpfötigen Freund kümmeren. So. Schon sind wir wieder zurück. Mit... Tomb Raider. Und wir müssen laufen. Oh, oh. Weiter, weiter, weiter. Ich hab echt keine Ahnung, was grad abgeht. Lauf. Lauf. Oh, oh. Oh, jetzt wissen wir auch, warum das Spiel ab 18 ist. Weiter geht's. Oh oh. Hoch jetzt, hoch, hoch, hoch. Oha. Gefährlich, gefährlich. Okay. Raus hier, raus hier. Yeah, wir sind nach draußen gekommen. Jetzt ist es ein bisschen leiser. Damn, die Framerate hat sich wieder gefangen. Irgendwas geht ab. Ich hab PC frisch angemacht. Ich muss ihn erst warm laufen lassen beim nächsten Aufnahme. Bei der nächsten Aufnahme. Sorry. Dies war's. Probability. Sprachfehler. Okay, hier sieht's aus wie auf einem Friedhof für Meeresriesen und Luftriesen. So Schiffe, Flugzeuge und so. Und nochmal, herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider. Wir laufen einfach mal dem Vater entlang. Wir haben was in der Galerie freigeschaltet, ich weiß noch nicht was. Okay. Okay. Wir versuchen mal hier runter zu kommen. Okay. Mach langsam Sarah. Lara. Ich sag immer Sarah, weil, ich glaub die deutsche Synchronsprecherin heißt Sarah. Boah. Nach dem Let's Play muss ich mir erstmal den Stuhl aus der Hose kratzen. Oha. Es war natürlich nur Spaß. Wir müssen jetzt zum Rettungsboot kommen. Okay. Ich dachte, das ist eine gefährliche Todesschlucht, aber. Da hängt ein Flugzeug, Alter. Hoffen wir's mal. Uh. Oh Gott. Uh. Okay. Schaffen wir. Boah. Ganz ehrlich Respekt Ich wäre definitiv schon in der Höhle gestorben Ganz langsam Da unten ist das Rettungsboot Was ist denn das?